Ey, yo, was geht ab? Moin, moin. So, welche Elo bist du? Äh, Gold. Gut, äh, du bist ein Jungler. Deine besten Jungler bist zu drei Stück. Chat, schreibt nicht hin, einer von euch. Don't do it. Aktuell spiele ich nur Viego und Diana. Viel. Wo kommt vielleicht noch ein bisschen? Viego und Diana, scheiß drauf, Digga. Wo siehst du denn deine größten Probleme? Wir haben das letzte Mal mit dem Early gearbeitet. Oh, du warst schon mal bei mir? Ja, ich hab dir mal einfach das geschickt, was du mir das letzte Mal geschrieben hast. Ah, sehe ich hier gerade. Von was denn? Bei mir. Ich hab Viego gespielt am 21. Ah, das ist ein Monat her. Wie läuft so seitdem? Erst mal dran gewöhnt. Also die Gewöhnungszeit natürlich. Da hat es ein bisschen gehapert. Aber jetzt geht es eigentlich besser weg auf. Okay, sagst du, wir haben Fortschritte gemacht? Ja. Okay, gut. Warte, lass ich mal kurz hier mal reingucken. Gut, 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 gut. Dann. Das Early kriege ich schon um einiges besser hin. Ich würde halt gern das mitgeben einfach leichter closen können, wenn ich ein Lead hätte. Wir haben das letzte Mal hauptsächlich darum gespielt, wenn ich meine Lanes das Lead gebe und ich die einfach cover oder begleite, um das Game zu kämpfen. Okay, okay. Gut, du weißt eh, wie ein Coach bei mir aussieht, right? Jo. Gut, dann würde ich sagen, Mitschie betragen und let's go. Warum gerade Diana und ich Virgo zum Beispiel? Ich habe geblindpickt und dann fühle ich mich auf Diana wohler. Weil ich einfach mit dem Team oder für das Team besser spielen kann. Mit Virgo muss ich den Mann immer reingucken lassen, da ich eh den Tank da ins Bild gehe. Okay. So, was denkst du? Was siehst du? Was fühlst du? Erzähl doch mal. Ich bin von Quinn Toplane aus gegangen, hätte man gut rumspielen können. Aber der spielt hier auf der Shock der Pantheon, also spiele ich einfach einen Botlane. Draven early stark, Kammer ist auch real stark. Fühlst du dich overall wohl hier mit den ganzen Champions, die du siehst? Ja, ist fein. Kann bloß. Es wird unangenehm, wenn Xyrat und Seville fett werden. Dann wird es unangenehm. Aber sonst ist es fein. Okay. Oh, Digga. Blubuffstart. Mega bad. Er kriegt nicht mal einen Leash. Das dauert einfach viel zu lange. Digga, was ist denn das für ein Start? Das habe ich ihm aber bestimmt nicht beigebracht. Legt es du oder kratzt du? Wo reden wir gerade? War schon mal bei dir? Ja, ja, er war schon mal bei mir. Also, er war vor einem Monat bei mir und er meinte, seitdem hat er auch Elo gemacht und hat auch die Sachen verstanden. Das bin ich mal gespannt. Wird nicht mettern. Das war ein heavy Timeloss. Wait, what? Warte mal, mir fällt das jetzt noch. Warum ist Channel nur Level 2? Zieht er das durch? Alpha? Alpha? Ist ihm gar nicht aufgefallen, dass Channel nur Level 2 ist. Lettings meinte jetzt der Channel weg. Gleich doch. Das Ding ist halt, Channel kann jederzeit rein und raus weaven. Das interessiert ihr eigentlich gar nicht. Wait, wait. Bro. Er kitet weg von der Quinn. Quinn weiß gar nicht, welchen Weg sie nehmen soll. Quinn kam zuerst von rechts, dann von links. Wait, was tut hier? Wait. Oh mein Gott. What? Entschuldigung. Oh, oh. Genau. Oh mein Gott. Gaming? Zeig mir den Yasuo, Junge. Wait. Ist der Support Xerath gerade hochgeroamt? Digga, was ist da passiert? Oh mein Gott. Okay. Geile, geile Aktion. Geile Aktion. Er sollte aber die Wölfe checken. Er sollte Wolves checken. Oh mein Gott. Okay. Er könnte jetzt fett gearscht sein. Seine Ausgangsposition, also, ist jetzt mega bad, weil er, weil wenn der Channel jetzt kommt, sieht er ihn, ist er halt eingesperrt, wisst ihr? Ja. Er hat's nicht gesehen. Er hat's nicht gesehen. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Don't, 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 don't. What the fuck? Recall doch einfach. Digga, Keule, was machst du da? Ja, ich hab gecountert, wollte das Counter-Jungle, weil ich ihn oben gesehen hab. Und, äh, wollte dann aus dem Jungle, ich hätte wahrscheinlich einfach im Gebüsch warten sollen und dann back gehen. oder, ich konnte die Falten ja super in der Base. Na, du bist ja generell jetzt auch nicht sehr stark vor Level 6, oder? Nee. Ey, Schardt, du hast recht. Du hast recht, aber ich hätte trotzdem die Wölfe gecheckt. Ich hatte gehofft, dass er weit genug weg ist, da ich da einfach was aussorten kann. Ab dem Moment, wo Trundle in der Mitte gegankt hat und es kein Kill war, war die ganze Aktion free. Chill noch mal kurz bis der 6 ist, schau noch mal kurz ein paar Minuten drüber. Welche Lane hat Gangprio? Äh, Gefährlich. Gefährlich. Sehr gefährlich. Die sind tot. They're all doomed. They're all doomed. They're all Sof. Oh, mein Gott. Was ist so? Sag mal, hast du irgendwie das Gefühl, du musst Plays machen? Nee. Warum? Also ja, ja, ich hätte das Gefühl gehabt, wir hätten da ein Play machen können, hätte Yasuo gewartet, bis wir da zusammen auftauchen. Das macht keinen Sinn. Draven war nicht da, Botlane hatte, Prio, Quint war bereits auf dem Weg. Ja, mein Gedanke war halt, dass wenn Yasuo chillt und mit mir zusammen einmove, wissen sie ja nicht unbedingt vorher, dass wir da Vision haben. Dann hätte man da eben einen schnellen Play vielleicht draus machen können. Aber er hat nicht gechillt. Ja, dann hätte ich einfach rausbringen sollen und nicht hinterhergehen müssen. Ja, Silvi, wenn meine Mates nicht scheiße sind, dann mache ich Challenger und dann brauche ich dein scheiß Coaching nicht mal. Nein, sein Movement ist scuffed. Das sieht wirklich so aus, als würde er trocken versuchen, seinen Schwanz irgendwo reinzuholen. Er spielt ja als Scaling Champion. Warum forst er? Wisst ihr? Warum, warum, warum wird er geforst? Man kann, er kann einfach Pace, Chill bis 6 farmen. Chandra hat so viel Zeit gewastet am Anfang, wird jetzt aber belohnt wie so ein Drecks Pathing. Worauf willst du hinspielen? So, was hast du jetzt gerade im Auge? Ich würde jetzt, da wahrscheinlich dran der Topseite ist, den Drake versuchen zu machen. Was tut er da? Der, der Jasu wird so tilten. Geht doch einfach weg. Nee, ich interessiere dezent. Alter, Leute, das ist das erste Mal in einem Coaching, dass ich sage, der Jasu hat einen Grund auf K zu gehen. Ey, Moment, 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 Ich will dir eins klarstellen, der Jasu ist das Opfer. Der Jasu ist hier das Opfer. Ob er jetzt AFK gegangen ist, also, sich hat töten lassen, aus Tilt, Matt hat, like, at this point, Matt hat echt nicht mehr. Aber sagt mir nichts, was ihr wollt. Ey, ist hier das Opfer. So. Und die andere Sache ist, wenn wir hier über das Bild nachdenken, ich bin in diesem Game, also, ich habe nichts gegen das Tank-Diana-Bild. Ich finde, es ist auch in Low-Elos weitaus besser als ein, ein, ein AP-Diana-Bild. Leute, ich weiß, dass man Nersches tut, in der Regel zuerst geht. Ähm, aber wenigstens, das hat sich so angehört, so wie, was, warum, warum holt man sich dann Barmy-Sinder auf Diana, ist doch mega dumm, ne? Ähm, Tank-Diana ist in Low-Elo auf jeden Fall besser. Warum? Ihr könnt damit so viel mehr Scheiße bauen, ihr werdet dafür weniger gepunished. Alter, der Mord ist zweitle, wie bei ihm. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wird das denn hier gebraucht? Keine Ahnung, Digga, ich sehe einfach Enemy-Champions plus Yasuo-Diana-Kombo, die können die einfach alle One-Shotten. Wie soll ich immer diesen Tank-Bild? Äh, aktuell ja, weil, wenn du einfach stärker hast und ich fühle mich wohler als der One-Shot-Ener. Hm. Worauf ist dein Auge gerichtet? Gerade auch jetzt, wo du Harald hast? Ich würde gern einfach, da ich die Paltings verkackt hab, äh, zeitlich, einfach einen Shotdown Töten nehmen. Hm. Und ich hätte das gern jetzt mit dem Yasuo auf der Mitte gemacht, aber der ist, äh, doof reingesäht, bevor ich da war. Der hätte ich früher Moven sollen. Hm. Okay. Die ist so dumm, so dumm. Er sollte Base gehen. Der Harald ziehen für Topside oder maybe Richtung Drache. Nee, wir brauchen ein Pickfeuer. Kann ich nicht halten. Das kann ich nicht halten. Star Moist. Warum Sunfire zuerst? Hm. Ich finde es stärker als Demonic und Nashes. Ich bin gerne auf dem Tankbit, da die nur zwei Frontliner haben, sehr viel Backline. Okay. Das ist dann aber nicht mehr ein Grund für AP? AP, weil die mehr Backliner haben. Ja. Also nach deiner Logik? Ja, ich mache aber mit dem Tankbit auch genug Damage. Ich wollte bloß Tanki genug sein, dass ich die Backline aushalte. Ja. Und ich brauche nicht den Damage, um die Frontline unbedingt zu töten. Dafür sollte Draven genug Schaden haben später. Digga, Frontline-Killer Draven. Ich muss ja nicht unbedingt die alle börsen. Ich muss ja eigentlich nur gucken, dass ich die so halte und genug Schaden mache und tank, dass Draven sich in Elbin kann. Man kennt es, Leute. Draven bekannt als Tankzerstörer. Shield-Bow Draven. Denkst du das Game ist noch gewinnbar? Sieht sehr schlecht aus. Man könnte es noch gewinnen, indem die Gegner... Wir müssen sicher spielen und darauf warten, dass die Gegner Missplays machen und wir auf den richtigen Champions-Shutdowns kriegen. Mhm. Okay. Two seconds later. Irgendwie verdient. Es fühlt sich vernünftig an zu verlieren in dem Game-Grad. Okay. Erzähl was zum Game. Ja, verdient, verloren, nicht schlecht gespielt. War keine Struktur drin. Er hätte gern die als 20 auf Mitteln kam mit Level 2 und Double-Buff hätte ich gerne die gegnerischen Raptors sowie Red-Buff genommen, weil ich Level 3 war. Das hat irgendwie zwischen mir und Yasun nicht gefunkt, dass wir das hinbekommen haben. war dann der Punkt, als wir es geschmissen haben. Ey, Oli, kannst du die Punkte verteilen? Ja. So, wir tun jetzt folgendes. Ach, jetzt küsst du immer mal meine Übertragung an. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Ja, also nicht, dass du irgendwie Turbo-Smurfs oder sowas, aber wenn ich mir das dir ansehe, Digga, einfach Bronx-Entscheidungen. So, pass auf. Gehen wir mal dieses Game hier einmal in Ruhe durch. Okay, wir werden uns natürlich nicht alles anschauen. Wir werden uns gleich nochmal andere Games von dir ansehen, weil ey, sind wir ehrlich, vielleicht hat man einfach mal ein Scheiß-Game. Digga, du hast getrollt, straight up. Als der Yasu stehen geblieben ist, um zu sterben, habe ich gesagt, das hast du verdient. Ich bin dem Yasu nicht mal böse. Wo? Wo? Als du hier reingegangen bist und er ist hier stehen geblieben, um zu sterben. Achso, ja. Da habe ich gesagt, Digga, ich bin nicht mal böse auf den Yasu. Ich kann den verstehen. Sie wird das Name. Silphys Simph. Na, kann man nichts machen, Leute. Ich hoffe, sie ist heiß und singelt. Warum startest du Pimmelkopf am Bluebuff? Ähm, weil ich probiert hätte, Level 3 vielleicht unten irgendwas zu machen. Ja. Pass auf. Pass auf, pass auf. Wir gehen jetzt so Jungle für Schlaue durch, okay? Dein Jungle Clear ist Blue, Grump, Wolves, okay? Genau. Was ist denn, wenn wir Wolf starten und dann Bluebuff Grump gleichzeitig machen? Wäre schneller, aber dann müsste ich weiter zur Botlane laufen. Hätte die Optionen. Du müsstest weiter zur Botlane laufen? Ich nicht. Ja, wenn ich wieder in den Bot-Jungle rein möchte. Ich glaube, ja so gesagt, hoch und wieder runter. Okay. Pass auf. Bro, Digga, ich könnte ein ganzes Buch schreiben über Pathing. Hast du dabei, den hier, oder? Und der Rest ist scheißegal. Digga, so wie du gespielt hast, bringe ich dir sogar bei, wie man Camps kitet. So, wir beginnen bei 25. Willkommen zum Summoner Zill. 30 Sekunden bis zum Minus Spawn. Oh Leute, ich habe nur ein Kief nicht gewischt. Okay, wir nehmen dieses Gebüsch hier. Ich klicke ins Center vom Gebüsch. Eine Minute. Okay, ich habe eine Minute gebraucht. Merken wir uns das. Okay, Leute, wir beginnen in der Minute 2. So, du hast auch noch die Kämpfe noch einzeln gemacht. Ja. Du kannst den Glock schon früher pullen, wenn du magst. Ich mache es jetzt aber nicht, weil du nämlich auch so gecleatet hast. Ich habe nochmal angefangen. Chat, wo habe ich nochmal angefangen? Zwei. Zwei Minuten. Ja. Warum kein Rap-Off-Start? Das ist irrelevant für das, was ich hier mache. Habe ich Glock gesmited? Ich habe Luke gesmited. Guck mal, ich smite hier sogar nochmal. Ah, ich hasse jetzt nicht mal zweimal smiten. Selbst wenn ich noch einen extra smite habe, bin ich langsamer. Knapp vier Sekunden. Klar, jetzt habe ich noch gesmited. Keine Ahnung, was sind das hier? Wir sagen mal, ich bin zehn Sekunden langsamer. What's the point? Wie du likes uns kurz so aufmüssig kacken. Macht doch gar keinen Sinn, Zudem bist du ja auch auf dieser Position flexibel, wenn du mal drüber nachdenkst. Ja, ich hätte das mit Twandle beispielsweise, wie er dann auch vor Mittag taucht, hätte ich dann leicht da zu Yasuo rufen können oder in Wiver. Da hättest du es gar nicht hin rufen sollen. Da hättest du es gar nicht hin rufen sollen. Dazu komme ich aber gleich. Ähm, wenn du hier stehst, da kannst du Topline ganken, wenn es dich anbietet. Du kannst immer noch in die Mitte gehen und du kannst immer noch runter gehen. Wir haben ja gesehen, du verlierst ja nicht mehr Zeit dabei, richtig? Ne. Wenn du aber dein Clear bei den Wolves beendest, Digga, ich würde nicht mehr gerne hochgehen wollen. Das dauert einfach zu lange. Mitte und hier ist okay. Aber ich bin nicht, ich bin mit dem Wolves Start Clear dennoch schneller. Right? Ja. Okay. So, jetzt move'n wir rüber und wir sehen das hier. Er kommt hier mit dem Double-Buff von unten. Das heißt was? Er hat meinen Wert-Buff genommen und mir fehlt halt. Okay, jetzt stelle ich dir eine ernst gemeinte Frage. Kannst du das hier contesten? Persönlich würde ich ja sagen, weil er ja so drei ist und mit der Windwoord wahrscheinlich noch gegen Quinn oder Quinn's Damage blocken könnte, wenn er über Tunde rauskommt zu mir. Okay, Dedef, du bist der Chondel. Okay, du gehst hier für den Gang, denkst du, Freekill. Ja, jetzt hätte ich turnen können. Moment, 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 Moment. Okay. So, was macht er jetzt? Entweder ist er smart, flasht über deine Crew, killt dann deinen Yasuo und killt dich danach gleich mit oder geht halt einfach raus. Der kriegt den Yasuo auch problemlos tot. Das ist, äh, äh, weil er hat ja keinen Flash mehr. Das ist Flash, Auto-Tack-Q, der ist tot. Danach fickt er dich noch. Lass ihn doch ruhig ganken. Ist doch fein. So, jetzt gehst du hier für den Invade-Call. Fand ich actually nicht bad. Du hast hier aber einen Denkfehler. Das ist welcher? Äh, nee, keine Ahnung. Okay. Yasuo kann technisch gesehen alleine wie nicht machen. Oder? Da muss er irgendwie rankommen. Ja, aber ich hab nichts. Ob er die Möglichkeit hat, weiß ich nicht unbedingt. Klar, maybe über die Raptors oder so, aber das wissen wir nicht. Quinn hat die Range Advantage, was ziemlich cool ist für sie. Trouble ist Astro-Broken im Early-Game. Also, besonders gegen deinen Champion, weil du hast jetzt nicht so viel. Geh doch mal mit Jungle Farm. Das Beste, was du hier machen kannst, ist so offen, dass der Panther kommt. Pink's for him. Pink's for him. Okay. So. ja. Mein Gedanke war halt, er hat meinen Red Buff genommen, also bin ich, wenn ich es jetzt einfach so stehen lassen, mein Jungle Farm, zwei Camps behind, davon eins der Red Waffen, da dachte ich mir, da ich am besten versuchen, dazu contesten und zumindest die Raptors und vielleicht den Red Buff rausholen. Ich glaube, ich hätte vielleicht nach der Raptors direkt gehen können, dann wäre es fein gewesen. Dazu kommen wir gleich. Allein schon, dass du hier bist. Das geht nur dann auch, wenn du Puncher und Pink spams. Weil wir haben oben Prio, ich habe kein Problem damit, dass wir da hingehen. Okay, pass auf. Wie stark ist Jungle im Early-Game? Mega Storm. Okay, wie stark ist er im Hit-Game? Auf Storm. Wie stark ist er im Late-Game? In 1v1s, mega strong. Generell. Weiterhin. Als Jungle hast du nicht auf 1v1s. Jungle ist zu mehr von Team-Compass abhängig, overall zu umziehen, ob er stark ist oder nicht. Dann gebe ich ihm eine 0. Wie stark ist sie an im Early-Game? Okay, bist schwach. Sie ist eher weak. Wie stark ist sie mit Game? Gut. Kommt mehr darauf an, finde ich persönlich. Also sie ist nicht weak, ja, aber da kommt es darauf an, wie ihr Early-Game läuft. Klar, wenn du relativ früh in der Proto-Belt fertig hast, kannst du mega snowballen, oder? Ja. Wenn nicht, bist du ein bisschen slow. Wie stark ist er in der Lecke? Gut. Okay, warum willst du ihn gerade dann mit Over-Aggression matchen, wenn das wieder dein schwächster Punkt im ganzen Spiel ist? Ja. Klar, wenn wir einen Vorteil haben, geh dafür, hab ich nichts gegen. Aber willst du als Diana, musst du das Early-Game gewinnen? Nö. Du darfst es nur nicht verlieren, oder? Ja. Ja. Mehr Tiefe. Du hättest hier, wie du gesagt hast, kannst du Raptor smiten gerne mal raus, drauf geschissen. Kriegst du hier wenigstens. So, jetzt ist der Pisser wieder full life, und jetzt weiß ich ja so gar nicht, was er machen soll. Die Wave-Fee ist mega kank, guck mal, Kuhn ist ja am Pist chillen, hält den Lancer mega gut, jetzt trennt ihr euch, er kriegt dann auf die Fresse, den hast du so, und dann gehst du noch für den Red Buff. Ich kann verstehen, dass du dafür gehst. Aber zu welchem Preis? Weil jetzt kriegst du den Red, cool, aber Journal, verprügelt dich. Ja. Und der ist super, ab dem Moment dann. Du hättest die Chance nämlich gehabt, nimm die Raptors mit, mach die Crap hier, mach die Crap unten, zwei Camps, Base, Topside wieder. Du kannst Pist chillen. Aber okay, whatever ist passiert, ist jetzt nicht schön. So, wir move'n. Das Game ging dann einfach nur noch so weiter, so. So, jetzt hier sehr geil, der Invade. Sehr geil. Aber du hast einen. Ich glaube, ich hätte, ich hätte Würfel zuerst machen sollen. Ja. Weil die näher an seiner Base sind. Das ist mir dann aber erst eingefallen, als der Gompath. Genau das habe ich im Game auch gesagt. Genau. Genau das. So, aber. Das war dann aber zu spät. Hey, ist es passiert? Immerhin hast du es gesehen. Er hätte ich nicht bemerkt. Ich hätte da einfach weggehen müssen. Ich hätte einfach weggehen müssen. Ich war hier einfach im Stream. Ich habe gesagt, bitte, bitte tu es nicht. Bitte tu es nicht. Bitte tu es nicht. Der Quinn klickt ja auch die Wort, bitte tu es nicht. Digga, du gehst einfach durch. Entweder warten oder weggehen. Was machen wir, nachdem wir weggehen? Wenn ich jetzt weggegangen wäre, hätte ich Topside gefahren. Warum nicht? Botside. Geile Antwort. Ja. Und jetzt movest du runter. Ja. Und hier ist halt das Problem drin. Wenn wir davon ausgehen, dass der Trummel nicht doof ist, würde er deinen Jungle jetzt invaden. Mein Bot-Jungle. Ja. Klar, er ist doch gerade unten. Ja. So. Du kannst ja auch diese beiden Camps einfach mitnehmen und da hast du maybe Prio oben, um irgendwas zu machen. Okay, der Mordecai würde euch verprügeln, whatever. Aber deine Hauptaufgabe ist es nicht zu gewinnen. Deine Hauptaufgabe ist es nur nicht zu verlieren. Jo. Ja. Jetzt bist du unten und forst dir einfach noch ein Gang, Digga. So, what? Jetzt ist es zumindest noch gut ausgegangen, ne? Aber was ist das? Als würdest du so auf Krampf versuchen zu furzen, kommt da nur Scheiße bei raus. So. den Game, wie wird das? Bist du ruhiger? Trummel, mega gut, Digga. Fick dich halt mega den Arsch. Warum? Du forst halt. Fast alles, was du bis jetzt gemacht hast, sah so geforst aus. Vorwiegend, oh, ich muss jetzt etwas machen. Ich muss jetzt etwas machen. Aber der einzige Grund, warum du etwas machen musst, ist, weil du etwas getan hast. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, jetzt haben wir Level 6. Also ich sage, du würdest du zum Botzeit Sachen herum machen. Das finde ich ganz cool. So, und jetzt, ich meine, Gedanke wäre genau derselbe wie Jasus gewesen, bloß, dass wir zusammen reingehen. Dann hätten wir den Überraschungsmoment gehabt und dann wären wir direkt im Fight und Quinn hätte nicht schon vorher Bescheid gewusst. Du gehst ja dann davon aus, dass wir gehen ja nichts weiß. Guck mal, das hier, pass auf, pass auf, lass uns mal die ganze Map anschauen, okay? Also, deren Botlane ist hier. Die sind in der Nähe. Siebe kommt eben aus der Base. So, Serat ist Miss, Draven ist hier unten. Draven wird niemals dem Fight beitreten. Warum? Wohin wird sich der Fight verlagern, wenn er startet? Irgendwie nach oben hin oder nach rechts, richtig? Ja. So, Quinn holt sich auch gerade Prio in der Mitte ab. Und zwei Spieler sind Miss. So, jetzt wurden wir hier bereits gesehen und gecatcht. Ab jetzt zu Ende. Ab jetzt zu Ende. Wir sind ja auf dem Timer. Quinn ist in den nächsten fünf Sekunden bei uns. Und Draven, ich würde auch nicht hinkommen, wenn ich Draven wäre. So, selbst wenn ihr einen Instant One-Shotted, habt ihr danach alle euer Zeugs benutzt, habt nichts mehr, Radio-Wertig hier hops genommen. Wenn du deine Ulti hier hitest, würde das nicht an der Situation so viel ändern. Und schon wieder, wir sind zehn Minuten in-Game und du bist nur am forsten, Digga, als wärst du 10-0 Yasuo einfach. Und dann geht es wieder weiter, weil, ich hab mal gesagt, so eigentlich, könnt ihr vielleicht schon was machen. Jetzt haben wir gleich diese, weißt du was, wie scheiße am den Rest des Games. So, deine Aktion, die will ich gar nicht sehen. Es geht nur noch so weiter. Genau. Es wird nicht besser. So, jetzt einen Moment. Ich will mir kurz eben einmal deine anderen Games nachgucken, okay? Weil hey, Scheiß-Game haben wir alle mal. Ist fein. Eigentlich wollte ich auch Diana spielen, hab aber Diana nicht bekommen. Mettert nicht. Wir schauen nur darauf nach, wie gehst du so mit den Sachen. Oh, das ist aber ein besonderes Game. Hier ist Botzeit nämlich mega geil. Also wir können early top noch was machen, aber generell werden wir Kogma hier erstmal seinen Pimmel saftig in den Mund nehmen. Okay, die haben das auf dem Sinne im Weg wie wir. Sie zeigt sich. Rufen runter. Okay. Ist fein. Fein ist fein. Der ist enthüßt. Wissen, dass sie da noch gepistcheln ist. Okay, wir haben sie eben gesehen. Wir können das fighten. Sie kann sich davon hinten lassen. Äh? Lodge einfach ihre Weh. Ich hätte zur Seite wehen müssen. Das Ding ist einfach, sie hat keine Summoner Spells. So, wenn du da einmal rankommst, ist sie tot. Dann kommittest du hier direkt. Was wollen wir damit? So, weh von mir aus zur Seite. Denn, du darfst halt nicht vergessen, wir sind auf dem Timer. Der Enemy Jungle ist unten. Wenn du die nicht inseln bearbeitest, bist du halt Väter im Arsch. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du Armin anfängst, machst du lieber direkt vernünftig. Du hast ja gar nicht runtergehen dürfen. Lieber direkt oben anfangen und dann runtermuchen. Ist besser. Das ist okay. Ich muss sich mal kurz in noch eins reingucken. Wir werden Top nicht anfassen. Wir werden Bots dort gehen. Aber das Ding ist, du musst hier nicht viel machen. Ich hab nicht mitgefunden, wie die Niederlage hochgegangen ist. Achso. Nein, nein, nein. Wir müssen nicht ganken. Wir müssen nicht ganken. Wir müssen nicht ganken. Alter, die Niederlin nimmt euch unten so hops. Ja. Das ist fein. Das war ein guter Move. War ein bisschen slow, aber war ein guter Move. Wir haben Top-Prio. Wir können Herald angehen. Sehr geil. Du spielst in diesem ganzen Game über nur reaktiv. Das ist ja okay. Muss man auch mal machen. Aber was hast du von dir aus gemacht? Also, pass auf. Das Wichtige ist, ja, doch in Bezug auf Map Awareness. Erstes Folgendes. Warte, ich muss kurz raussuchen. Du wirst zukünftig, wenn du deine Gamespiels, dieses Video hier anhaben. Denn dieses, genau. Genau, genau, genau. Das ist mega nervig. Aber man gewöhnt sich dran. Hier schon mal mitgegeben? Ne, hab ich nicht. Ne, ich kenn's aus deinen Videos. Okay. Das andere ist jetzt einfach, das Ding ist, Map zu lesen, ist eine Sache, die kann man schwierig beibringen. Warum? Dafür gibt's keine Grundregel. Das ist nämlich von zu vielen Sachen abhängig. Aber hier ist es einfach immer ein ganz anderes Beispiel. Wir als Jungler, wir können ja nur auf Informationen reagieren. Du kannst ja niemals dich auf etwas vorbereiten oder auf etwas reagieren, wenn du die Informationen nicht siehst. Ne, wenn wir hier Blue Side sind und es steht alles so, dann könnte man grundsätzlich sagen, ey, Siffy, das kann ich ganken. Der Gegner ist over-extended, right? Ja. Wenn das so ist, kann man sagen, Siffy, das kann ich grundsätzlich nicht ganken, weil der Gegner unter seinem Tower ist. Right? Safe. Wenn der Gegner aber hier ist und nur 10% Leben hat, dann kannst du's diven, oder? Das heißt, es kommt ja nicht nur unbedingt drauf an, wer ist wo, sondern auch, wer ist wo mit welchen Sachen ab? Oder nicht ab? Den Cannon dive ich im Normalfall nicht. Wenn er keine Ulti hat, kann ich drüber nachdenken. Ne Xayah dive ich eigentlich nicht. Wenn sie keine Ulti hat, kann ich drüber nachdenken. Right? Ja. So. Das Ding ist aber, das, was viele unterschätzen, als Jungler hast du nichts anderes zu tun, als 24-7 auf die Map zu schauen. Digga, du musst dich, du bist wie ein Supporter. Nur nicht ganz so geringverdienermäßig. Warum? Du musst keine Millionslast hitten, du hast keinen Gegner, gegen den du tradest. Du musst dir auch nicht deinen scheiß Champion angucken. Du musst ja nicht mal auf einen Partner oder sowas achten. Du musst einfach dein Ding machen. In diesem Beispiel bewegen Kamerad nur zu Toppen. Im Normalfall checkst du mindestens zwei von drei Lanes ab. Hier ist mal ein ganz anderes Beispiel, was ich mal gerne bringe. Und zwar dein Base Clear. Wir sind jetzt hier Purple Side. Also das ist jetzt hier oben unsere Base. Wenn du dich nach oben hinspielst, musst du folgendes. Du machst deinen Blue Buff into Gromp. Egal, ob du ein Level 3 oder ein Level 4 Clear machst, du machst immer Blue Buff into Gromp, oder? Ja. Das heißt, du machst den into den. Jetzt nutzt du alle Spales auf den Gromp, um einmal die Midlane abzuchecken. Dann gehe ich zu den Wölfen. Moment. Top-Lane? Nee, 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 nee. Moment. Alle das Spales auf den Gromp und bewegst jetzt die Kamer. Top-Lane und mit technisch gesehen, ist das true? Ja, wir bleiben jetzt hier nur mal bei der Top-Lane. Okay. So, Top-Lane. Top ist Gankable. Wenn Top Gankable ist, tust du was? Red Buff into Top. Red into Gank. Option 2. Top ist nicht Gankable. Dann tust du was? Äh, Wölfe und guck wieder Top-Lane. Genau das. So, jetzt pass auf. Jetzt ist hier aber folgendes wichtig. Denn, das würden wir ja jetzt hier nochmal tun. Wölf, nutzt alle deine Spells auf Nee, nee, warte, ich bin doof. Nutze. Alle deine Spells. Wie wohl zum Beispiel jetzt? Dann können wir uns zur Top-Lane. So, Top ist Gankable. Wir tun was? Äh, Red into Top. Für den extra Damage. Genau. Und den Slow. Oder aber direkt ein Gank. Je nach Situation. Wenn Top-Lane nicht Gankable ist, dann tust du jetzt was? Äh, Wölf das machen und dann wieder ausschalten. Und jetzt ist hier folgendes wichtig. Denn das Ding ist, du kannst ja deine Kamera auch bewegen, während du gehst. Das ist etwas, das muss man sich ja auch erstmal angewöhnen. Aber gerade hier bei diesem weiteren Weg, hier hast du nochmal mega, mega viel Zeit, um das zu tun. Und deswegen ist es ganz, deswegen ist es so, als Jungler musst du Lanesets lesen können und auch gleichzeitig wissen, wie ein Matchup sich ist und sich auch eine Lane verhält. Denn zum Beispiel, wenn die Wave hier ist, also ne, du hast Wölfe gemacht und die Wave ist hier und das hier ist Morde gegen, 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 keine Ahnung, gegen Fiora. Was wird hier mit der Wave passieren? Oder was kann hier mit der Wave ziemlich wahrscheinlich passieren? Morde wird sie reindrücken und sie wird zurückbouncen. Okay, und das ist nicht gut für uns, oder? Nö. Das heißt? Der Dreck-Gank würde es dann ja heißen eher, weil die Situation sich in ne halben Minute verschächtern könnte. Äh, genau das. Was ist denn, wenn das hier aber keine Fiora ist, sondern es ist, wer kann ein Lanes halten, keine Ahnung, es ist Arthrox. Ja, dann wird die Wave wahrscheinlich noch ne halbe Minute so stehen bleiben und da sitzt vielleicht sogar ein Freesun, wenn das schafft. Dann bleibt die da länger. natürlich müssen wir nochmal gucken, wie viele Medienstar sind und so weiter und so fort, aber das stimmt. Es ist für uns aber ganz, 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 ganz wichtig. So, warte, ich muss ja kurz da eben einmal mit. So, jetzt haben wir noch so ein bisschen Counter-Jungle-Aspekte mit drin. Ich finde es ganz cool, dass du das gemacht hast, tatsächlich. Ähm, aber zum Counter-Jungle ist ein Skill immer notwendig. Das ist Jungle-Tracking. Ich muss wissen, wo in dem Fall jetzt gerade beispielsweise, wo der Twandel gewesen wäre, um zu wissen, wo ich hin kann. Das mit dem Channel ist jetzt so ein bisschen wild. Wir machen ja Jungle-Tracking für Idioten, okay? Ja. Denn, ganz ehrlich, ey Chat, passt auf, jeder von euch wird jetzt Jungle-Tracking lernen. Okay? Wenn ihr euch jetzt noch ganken lässt, seid ihr Pisser. Es gibt doch für einen Jungler, aber wichtig, wichtig, Jungle-Tracking funktioniert nicht zu 100%. Es kann sein, dass dein Gegner eine geistige Behinderung hat, dynamisches Pathing drauf hat oder einfach ein kleiner Cheezer ist. Sowieso wie der Channel eben. Das kann man natürlich nicht tracken, dass er Level 2 in dein Jungle reingeht, um die Rap-Effekt zu nehmen. Es geht aber eher darum, Grundkonzepte zu verstehen. So, jetzt ist die Sache folgendes. Es gibt ja zwei Jungle-Keers, der Level 3-Gang und der Level 4-Gang grundsätzlich, oder? Ja. Gut, wann erfolgt ein Level 3-Gang? Wenn die Wave super gut steht. Wann kann zeitlich ein Level 3-Gang kommen? Achso, zeitlich wäre es 2... 2,30, 2,40 oder was meinst du? 2,40 circa. Ungefähr 2,40 erwarten wir einen Level 3-Gang. Natürlich kommt es auf mehrere Faktoren an. Welcher Champion ist es, wer leashed ihn, wer hat ihn leashed und so weiter und so fort. Aber 2,40 geht fein. Wann erwarten wir ungefähr einen Level 4-Gang? 3,30. Wollen wir machen. Wie gesagt, einer ist schneller, der andere ist langsamer. Ungefähr 3,30. Okay, wenn jetzt der Enemy-Jungler unten anfängt Dann ping ich 240 Danger Mitte und 330 Danger Warum willst du Danger Mitte ping? Naja, weil er höchstwahrscheinlich ja Middling ganken wird oder Toplane Das reicht schon aus So, jetzt weiß ich also Ich muss ja nicht, das Ding ist halt Was ist denn, wenn er nicht 3 Camps macht und gankt Was ist, wenn er 4 Camps macht? Ist das relevant für uns, das zu wissen? Ja, weil dann weiß man, welche Jungle-Seite noch ab ist Oder nicht Ne Das ist nicht relevant für mich Weil ich weiß doch, Ace, in diesem Zeitraum Ist er hier auf dieser Seite, richtig? Ja Was der Jungle hier macht, ist mir doch jetzt erstmal scheißegal, right? Stimmt Das mettert nicht Okay Das heißt, ich weiß ungefähr, wo er ist Wir machen folgendes Chat, pass auf Wir machen folgendes Wir picken uns jetzt irgendein Random Game raus So, es ist 2,40 So Echo ist hier gleich fertig Du bist ja auch gleich fertig Okay Ihr seid bis circa Es gibt jetzt hier eine Regel Und zwar Das nennt sich die Die Grace Period, nenne ich das Das Ding ist Wir gehen ja davon aus, dass wir hier den Jungler sehen Es gibt aber Jungler, die sind langsam Es gibt Jungler Als Beispiel, wenn ich mit XIN Wenn ich mit XIN sau Power farme Alle Camps mit nehme, bin ich aber sehr langsam, richtig? Ja Deswegen gibt es hier die Die Grace Period Es kann auch sein, dass die Leute einfach nicht effizient ihren Jungle clearen Die beträgt 30 Sekunden Das heißt also Bis circa Minute 4 Gehe ich davon aus, dass der Elmi Jungler hier unten ist Wenn ich ihn nicht sehen sollte Okay Jetzt war der Echo circa bis Minute 4 unten Wie gesagt, das ist nur ungefähre Zeit, ne? Und du jetzt wahrscheinlich auch Das heißt also Das hier Beschreibe ich immer nicht als Level 3 Gang Sondern als Früher erster Gang Und Früher zweiter Gang Jetzt haben wir No, ich bin doof Das ist der späte erste Gang Und das ist der frühe erste Gang Späte erste Okay Jetzt haben wir Der frühe zweite Gang Und Der späte zweite Gang Es gibt so eine Grundregel Ab dem Moment, wo du den Gehterschen Jungler zuletzt gesehen hast Gehst du ungefähr davon aus Dass er anderthalb Minuten Abstand zwischen den Gangs hat Das heißt also Der frühe zweite Gang erwartet uns ungefähr 14 Und der späte zweite Gang erwartet uns ungefähr Minute 5 Ja Wo wird er dann sein? Der Echo hat oben angefangen Geht runter Und wird wieder hochgehen Okay Gut Dann schauen wir doch mal nach Was hier abgeht Ne Ihr seid beide ein bisschen delayed So Echo geht hoch Ich hab die Serie ein bisschen gefickt Weiß ich gerade nicht Weiß ich gerade nicht So Und er ist oben Was er hier oben macht Ist mir ja egal Ich weiß Er ist oben Richtig? Ja Nicht vergessen Er wird jetzt bis länger als Minute 5 hier sein Bis 5.30 Gehe ich davon aus Dass er oben ist Darum Die Zeit hat sich auch verschoben Er ist hier erst Minute 4 verschwunden Weil er halt gestorben ist Wohin geht er jetzt hin? Er hat sich bis Er hat bis 5.30 oben nichts gemacht Wo bist du? Weiter unten Ich kann euch lesen wie ein Dschungelbuch, Digga Das geht dann die ganze Zeit hin und her Das geht die ganze Zeit hin und her Leute es ist Wenn ihr ein paar IQ Zellen habt Es ist unmöglich sich von Jungle ganken zu lassen Ist das Konzept schwer? Nein Guck mal ich kann jetzt den Rest sogar noch weitermachen So Weil das geht jetzt nochmal Früher dritte ganken Wahrscheinlich später Genau Der erwartet uns circa 45 Dann der späte dritte 6.30 Circa 6.30 Grey Spirit ist immer mit drin So und was tut jetzt jeder Jungler Buff 1 respawn Buff 2 respawn Und ab jetzt ist free for all Ab jetzt kann jeder Jungler das machen Also das Ding ist Wenn du schon höher in der Elo bist Dann gibt es nur noch dynamisches Pathing Gute Jungler können ihr Pathing jederzeit auf Knopfdruck quasi ändern Aber das sind so Grundregeln für das Jungle Checken einfach Du kannst dich nur an Zeiten halten Du kannst dich Größten Zeit Guck mal wir gehen wieder in irgendein random Genre an Okay So Selbe Spielchen Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ich weiß nur erst unten 2.40 Ihr seid beide unten So Dass die sich ganken lassen Sollte unmöglich sein Jeder sollte wissen Dass du jetzt unten bist Warum Du bist im Zeitraum von 2.40 bis 3.30 Ungefähr gank ready Ob du jetzt gankst oder nicht Ist egal Ich muss nur wissen wo du bist Okay Er ist tot 3.40 Du bist ein bisschen delayed Er wird wahrscheinlich hochgehen 3.40 Wir ziehen die Timer um 10 Sekunden nach hinten Das heißt 4.20 Kommt hin Er könnte jetzt sofort ganken Richtig Ich glaube 24 bis 5 20 10 Was er macht Ist uns egal Er ist hoch Okay Er geht wieder runter So Und du bist ihm quasi nur ein paar Sekunden hinterher Ihr seid beide wieder unten Werdes gedacht Halleluja Der ist Du bist hier für den späten dritten Gang Weil du hast da oben nicht gegangen Okay Du bist hochgehen zu deinem Blue Buff Er wird hochgehen zu deinem Rapper Ja klar du machst Drache noch Aber ich mein generell So ja Und dann sind wir wieder oben Digga Leute Dschungelbuch einfach Ich hab das Lesen erfunden Wollen wir mal versuchen Diesen Schrott mal in Games anzuwenden So Also Wollen passen wir uns hin Runter Zu Morgana Caitlin Okay Sehr geil Was nicht geil ist Digga Was für Aftershock Digga Eben Pantheon mit Aftershock Jetzt Morgana mit Aftershock Was ist für Dark Harvest Caitlin Digga Digga Du wirst bei den Wölfen starten Ja Aber mit beiden denken nein Der hier fängt unten an Pehrt sich wahrscheinlich nach oben hin Du kannst den Grump direkt mit Mit zwei Polen Wenn du magst Oh Gamer W W Und du killst den Grump Immer zuerst Nimm deinen Trank schonmal Der Sinn dahinter ist es Dass der Grump halt zuerst respawn Weißt du Mach der Jungle Rekirr smoother Pass auf Rechts liegt die Pflanze Rechts liegt die Pflanze Aber zu spät Ja Und jetzt pingst du Dreimal Danger Beim Anime Rap aufbüren Anime Red Ja Oh warte Sein Grump kommt Sein Grump kommt Gehen Und was spawnt nach seinem Grump Wie willst du? Was spawnt nach seinem Grump Die Wölfe Kann ich direkt mitnehmen Okay Hat der Panther da oben einen Freeze? Guck mal nach ob du ihm helfen kannst Guck mal nach ob du ihm helfen kannst Vielleicht komm mal der Jax gleich Wir müssen da ein bisschen Druckausgleich machen Einfach nur kurz vorbeipiken Das könnte uns jetzt vielleicht ein bisschen Zeit kosten Und wir kriegen nix raus Einfach mitdrücken Guck nach ob die Falten Oh geil He's dead He's dead Ah du hast leider Kuh verkackt Ist okay Und du kannst weggehen Der Panther ist gerade schon wieder gestorben Ja aber Jee war Top Lane Solltest du nur wissen wo der Jee ist Ja Top River Der Jee Nein das meine ich nicht Der Jee geht die ganze Zeit hoch und runter Der macht nichts anderes Hier ist er Aufpassen Deine Botlane ist weg Ja Kannst nach den Crux Botlane für den Inlane Gang nachgucken Wir müssen ein bisschen pressure auf die Map drauf bringen Also bitte mal Red smiten Weißt du was er Red smite macht? Ja Ignite Park und Exhaust zusammen Kann man quasi sagen Lass den Jax gleich vorkommen Wenn er vorkommt kannst du ihn umbringen Sehr schön Und ich pushe die nix Wo ich war noch raus Er tut mir richtig leid Er hat so ein richtig dummes Game für sowas So du bist sehr gefeadert Weißt du wir sollten uns jetzt nur kümmern Den Lead mehr auf die Map zu bringen Wir können jetzt gerne Camp skippen Um unseren Leuten zu helfen Vergessen bitte nicht Du hast keine Ulti Das muss ein perfekter Engage für dich sein Äh Also ich weiß nicht Ob das so perfekt ist Red smite nicht vergessen Tränke nicht vergessen Oh mein Gott What Oh mein Gott What Gaming Trick Lass du mal bei der runter gehen Ja unten ist ein Teleport Er kommt zum Drachen Er kommt zum Drachen Pass auf Pass auf Wenn deine Blast Cone ist Kannst du mit der Blast Cone rüber gehen Und dann wieder zurückflashen Wenn du magst Musst du nicht machen Kannst du aber machen Gaming Digger Den kann ich erhöht gehen Ja hier ist doch tot Ja Hat er sehr schnell mitbekommen Denn er schaut auch generell besser auf die Map Wer ist denn strong bei uns? Okay der Viktor Viktor ist strong Ja und Jetzt bist du ein bisschen gedoomt wegen Itemization Emelie ist auch Glass oder Voidstuff Er kann gefühlt nur mit deinen Hilfes spielen Falls es dir nicht aufgefallen ist Ich sag schon Ist ein bisschen weniger generell Friendly Geist Das mach ich ja immer Ich rede immer erst viel Und dann weniger Ich will die Hilfe in den Flow reinzukommen Jetzt will ich hochmoven Der Nash ist ab Der Nash ist ab Trotzdem Held Oder war das jetzt doch Naja das ist okay Aber das Ding ist halt Das unten so lange zeigen ist schwierig Die sind nämlich jetzt safe am Nash Oh Morgana Gaming Oh mein Gott Comeback Oh mein Gott Comeback Comeback Oh Morgana ey Die honorst du Die honorst du Ja komm wir gehen in Hartz 4 Einkauf Digga Der Typ ist Gott einfach Das Problem ist Digga sie hat Collector Sie holt sich Collector Warum Also ich hab davor schon bemerkt Dass die Lethality Catelyn ist Digga chat Ihr Missgeburten Ihr passt jetzt alle auf Okay Hartz 4 Einkauf Heißt Ich könnte Morello gehen Ich könnte aber auch Nein du gehst weiter Guck mal Leute Der Ezreal ist Level 11 Dieser Ezreal Dieser Hurensohn von Ezreal Ist Level 11 Wisst ihr wie viel Amor hat Ohne Amor hat denn 65 Amor 65 Amor Ja das war meine Schuld Mit einem Lord Mit einem Lord Mit einem Lord Dominix Wenn die alle tot Bevor Jackstar gewesen wäre Mit einem Lord Dominix Würde ich ihm circa 20 Amor entfernen 8 mehr als der Collector Ich hätte Scaling Health Damage Und es geht ja noch weiter hoch Collector ist bis 59 Amor besser By the way Nein Wie kommst du denn darauf Wie kommst du auf diese Rechnung Jetzt möge ich das Game Enden Im Fullbild Wenn ich es jetzt nicht Geendet bekomme Bin ich scheiße Einfach einsaftigen Clay Sondern haben wir immer noch Rabattons oben Aber du hast gleich alles ready Um alles zu stompen Der Victor ist doch gerade auch Gut in der Lage Den Jackson umzubringen Oh Oh Gaming Dort kann den Fall nehmen Digga der geht trollen Oh ich weiß nicht ob Ist Cait in der AFK Wait habe ich was verpasst Ich weiß es nicht Ich würde hier aber mega aufpassen Na Okay nochmal Daddy kommt Wait what Ist die wirklich AFK Ich glaube Master Yi ist auf Oh Oh my god Holy shit Holy shit Die Hard habe ich gebetet Ich will doch nur Spiel Ohne dass du Dass du gemütet bist Weil ich trotzdem Dass du dich stopp lasst Nein ich weine Na ja Ich weine Ich lache nicht Ich weine Bruder du musst chillen Du musst chillen Du setzt dich richtig selbst Unter Druck Hör auf damit Wir haben es doch bis hierhin geschafft Weil wir uns eben nicht Unter Druck gesetzt haben Alter was ist denn Ich will Können wir das nicht Bei 60% mit Können wir das nicht Bei 60% gekriegt Was sind das für Morgana Items Was sind das für Items Oh da müsst ihr jetzt aber Ganz schnell Lott die Karotte enten Ihr müsst ganz schnell Das schaffen wir nicht Warum ist doch nur der Yi Ja weil Jax ist schneller Oh oh Digga Oh oh Ey ich bin ganz ehrlich Du hättest pushen sollen Du hättest pushen sollen Du machst drei Du machst drei Millionen Damage mit deiner Passivierung am Tower Dein Team war auch schon fast fertig Habe ich das jetzt verloren Also es gibt Deine Caitlyn hat Infinity Edge gehabt Bevor sie 60% Crit hatte Ja ich meine jetzt aber Darf ich ja keinen Anfuss drauf Meinst du jetzt am Ende Entweder gehen zwei Leute in die Base Oder niemand geht in die Base Okay Straight up Also das war Das war echt dumm von dir So oder du gehst halt weg Während du auf die Minion Wave wartest I guess I guess Aber So wenn wir dafür committen Entweder committen wir alle dafür Oder niemand Weil sie sind alle für den Push gegangen Und ich fand die Entscheidung persönlich auch besser Also selbst wenn du zurück gegangen wärst Dann machst du das halt vorher Ja Wer hat das Spiel so für dich Also in Bezug auf die Sachen die wir durchgegangen sind Moment Lass diesen Screen Also kannst du dich auf Report aufdrücken Mach ruhig Ist mir egal Lass diesen Screen offen Und jetzt sag mal Wie das Game so für dich war Alter die Catelyn Oh mein Gott Es hat einiges geklappt Was vorher absolut nicht geklappt hat Was ist das Wir haben mehr drauf geachtet Du spielst Catelyn Morgana mit Aftershock Wo Yi war Damit hast du später nachgelassen Ja Ich musste dich daran erinnern Oder im Early Ja im Early Ja Alter ich flipp aus Ich flipp aus Geholt wenn nie top war Dass er Bot wenig hat Zu holen Ja Ist das ne Frage Nein Tja Also grundsätzlich Er war top und wir haben Bot genommen Genau grundsätzlich haben wir hier viel mehr reaktiv auf die Map gespielt Ja Ähm Das Ding ist hier halt Du bist wieder In Momente reingekommen Wo du dich selbst gepressured hast Du hast dich gepressured wieder Sachen zu machen Der Midland Fight Als ich Solo da bei den Webdustranden reingegangen bin Das hat uns sehr viel Zeit gekostet Sehr 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 viel Zeit gekostet Und ich glaube wir hatten irgendwo noch ein Fight Doch der da unten auf der Botlane Mit dem Wo Jack sich dich noch abgeholt hat Weiß noch? Als ich geflasht bin Ja genau Unnötig Ja War halt auch so Einfach so ein mega Bader Moment dafür Also es ist okay zu sagen Hey Ich bin bereits in einer scheiß Situation Ich sterbe einfach Das hast du zweimal gemacht Einfach zu flashen Dann bist du so oder so gestorben Weil der Jacks einfach hinterher springt Ja Aber ich fand Das war grundsätzlich das beste Game Ja War aber auch ein sehr anstrengendes Game Das war auch zum Zusehen auch sehr anstrengend Hast du Wenn jetzt erstmal noch Fragen Nein Einzige Frage die ich hätte ist Oder eine Bestätigung Redsfight nehme ich ja Wenn ich mehrere Milis habe Auf Longfights Und BlueSmile Wenn ich Redsfight ist einfach Longfights BlueSmile ist Shotfights Ich will eben kurz einmal das Ende an Noch kurz gucken wie weit dein Team gepusht hat Digga Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott No way Ich hätte Ich habe den Unterschied gemacht Oder Bro Das ist ein Outtack gewesen Der hätte das machen müssen I'm not joking I'm not joking Oh mein Gott Patience Oh mein Gott Look Oh mein Gott Ich werde jetzt getiltet Wenn ich doof wäre Ich sage wie es ist Ich bin jetzt schon getiltet Und ich war nicht mal im Spiel drin Ja Gut Okay So ich habe dann den nächsten Ich will nicht böse sein Deswegen Ja alles gut Würre ich jetzt mal weg Und ich wünsche dir dann Neuen Guten Dankeschön Mach rein dann Bye bye